jo freunde herzlich willkommen zur dritten folge von gewinne sonst wir haben wieder aufgaben diesmal habe ich schon b ausgewählt wir haben aufgaben ich spiele einmal b und einmal showdown und ja ihr seht den skin einfach gleich und so let's go in die erste runde ich werde es jetzt immer abkürzen und ihr seht diesmal auch die ziege und niederlagen nur dass ihr es halt wissen ja ja nein erste niederlage also ich muss unter den top vier kommen erste niederlage nein also das ist erst mal den skin hier dieser schwarz-weiß bier er schurken den feier ist gar nicht und deswegen möchte ich halt auch nicht den bekommen ja und ja nur dass es heißt ist mist 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 schon wieder ein gut das ist nicht gut jetzt schon mal auf jeden fall drinnen also auf jeden fall ein das war ja die einbinden in unsere kräfte ich weiß dass ihr unbedingt wollte ich mir ordentlich gehen oder so holen aber das mache ich nur mit solchen challenges ja außer das ging gefällt mir echt toll so kommen also ich bin ja eh schon wieder drin aber naja ja 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 zweiter sieg let's go jetzt geht es geht es geht es geht geht es geht neuer rohn neues kleck das ist halt schon naja das war glaube ich nicht so gut nein 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 Boah, war es knapp. Äh, nein, nein. Nein, ein Tod. Nein, nein. Ach so, es schneidet keinen Sieg oder Tod raus. Nur, dass ich es wisst. Ja. Nein, Menno. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Naja, dann neue Runde, neues Glück. Nein, nein, nein. Nein, schon wieder ein Tod. Ich habe gerade ein bisschen voice quäck. Mensch. Ey, was ist gerade mit meiner Stimme los? Ey, das ist halt nervig. Ich habe halt nur 8 Siege, ne? Ich habe halt wirklich nur 8 Siege und das muss ich dann auch schaffen in diesen 8 Siegen. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja. Nein. Hä, bin ich dumm? Er war nächster Tod schon. Kacke, ich habe mehr Tode als Siege bis jetzt. Gar nicht gut, gar nicht gut. Nein. Ach, Kacke. Nein, da kommt auch noch eine Box. Nein, nein, nein. Ach, nein. 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 Ach, Mensch. Gar kein Bock. Ach, Diggi. Diggi. Morgen wird, heute oder morgen kommt noch ein Gewinne-Sonst-Video. Dass ihr es wisst. Heute oder morgen eins von denen halt, ne? Äh, 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 ja, natürlich, Edi. Winde. Erste Quäse schon geschafft, fehlen nur noch zwei. Probier nicht, ich habe, glaube ich, bis jetzt 5 Niederlagen und 3 Winds. Das muss ich jetzt ausbessern. Das wird schwer. Ja. So. Nein, ich bin Fünfter. Nein. Kack. So ein Kack. So ein Kack, 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 Kack. So, jetzt hoffentlich mal eine tolle Runde im Gegensatz zu den anderen. Egal, was jetzt passiert, ich bin auf jeden Fall drin. Also ein Sieg ist auf jeden Fall drin. Ja, okay, ich werde wahrscheinlich jetzt komplett verkacken. Nein, 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 nein. Ja, war klar. Egal, ein Sieg für, von mir. Und let's go to the next round. Let's go. Ah, ja, die Schule ist jetzt rum. Was wollte ich uns sagen? Schule ist rum, hab Ferien. Let's go. Ähm, let's go. Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt Ferien habe. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe jetzt 5 Siege, 5 Tode. Glaube ich. Aber, ja. Ich muss mir gleich noch was zum Mittagessen machen. Weil es ist gerade 13.40 Uhr, weil wir halt sehr früh Schluss hatten. Wir hatten 12.30 Uhr, 12.15 Uhr Schluss. Weil wir heute nur 5 Stunden hatten statt 7 und, ja. Deswegen sind wir sehr früh gegangen. So, es ist echt knapp jetzt. Ja, ja, ja. Let's go, Platz 1. Let's go. Nach 2 Siege, dann ist es vorbei. Ich hoffe echt, dass ich das nicht, äh, also kaufen muss. Das wäre ja krass. Weil den Skin feiere ich über. Also überhaupt nicht. Let's go. Let's go. Da ist auch gerade ein Bombon im Mund, also nicht wundern. Nein, nein, nein. So ein Trick. So, ich habe das leider nicht geschafft. Nein, Runde, wir müssen es schaffen. Ich will nicht diesen Skin kaufen. Bitte nicht. Und ich habe übelst die Voice Quacks. Kacke, nein. Ah, ah, ja. Es zählt noch als Sieg. Es zählt noch als Sieg. A ist im R jetzt so. Wow. Richtig A ist im R. Richtig krass. Ich habe eh schon nix im Sieg, aber, ja. Ja, ja, ja. Let's go. Ja. Oh mein Gott. Let's go. So, ihr seht jetzt eingeblendet, ob ich es machen muss oder nicht. Wenn ich es machen muss, seht ihr jetzt den Clip eingeblendet. Wenn nicht, dann lasst ein Like, Abo. Folgt den Ball Group Account rein. Hashtag Sun Army und, ja. Ciao.